Diese Bilder, die am Samstag veröffentlicht wurden, sollen die Folgen des Beschusses eines Dorfes in Saporischia im Süden der Ukraine zeigen. Nach Angaben des Leiters der ukrainischen Präsidialverwaltung wurden dabei drei Zivilisten verwundet. Russische Streitkräfte hätten das Dorf Stepnohirske mit mehreren Raketenwerfern beschossen und ein Verwaltungsgebäude getroffen. Dagegen sagte ein von Russland eingesetzter Vertreter in den von Moskau kontrollierten Teilen von Saporischia, nicht russische, sondern ukrainische Streitkräfte hätten eine Schule in einem Dorf zerstört. Informationen aus den Kriegsgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Der südkoreanische Präsident Yoon Suk-yol sagte am Samstag bei seinem ersten Besuch in Kiew, dass sein Land den Umfang der humanitären Hilfe erhöhen und nach bereits geleisteten 100 Millionen US-Dollar weitere 150 Millionen zur Verfügung stellen wird. Waffen sollten aber nach wie vor nicht geliefert werden. Südkorea ist ein bedeutender Produzent von mit NATO-Systemen kompatiblen Militärgerät, darunter sind Kampfpanzer, Haubitzen und Artilleriemunition. Applaus Applaus Ghazald Shoot es Ba